So Leute, was geht ab? Willkommen zurück zum Video von ProKoTV. Hier in diesem Video geht es darum, und zwar gibt es einmal ein Skin, also für ein Skin, eine Style-Aufgabe. Und zwar heißt die Aufgabe einmal, finde Beskareisen tief im Inneren, das heißt, und wir fliegen zum alten Spawnspunkt The Shark. Denn dort wird es auch die Aufgabe geben, die wir machen können. Ihr könnt es auch gerne auch in Gruppenkeile machen, in jeder Form, wie ihr machen wollt. Hauptsache ihr fliegt hier hin und macht die Aufgabe fertig. Und wir müssen einmal zum Tresor, zum alten Tresor von The Shark. Der ist einmal hier unten. Dort müsst ihr einmal reingehen, denn dort gibt es einmal den Beskareisen, den wir einmal aufnehmen müssen, um dann den Style zu bekommen von dem Skin vom Battle Pass. Hier beim Schrank ist einmal Beskareisen und den müsst ihr einmal mit Viereck aufnehmen. Und sobald ihr es genommen habt, habt ihr es geschafft. Und ich hoffe, ich kann euch zeigen, wo ihr Beskareisen finden könnt. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne einen Daumen da, einen kostenlosen Abo. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer ProKoTV. Peace out.